...Pistole schießen, aber das geht ja nicht. Du bist schon so ein schräger Fogel. Ich bin da, ich bin da, wo der Creeper ist. Haha, lustig. Nein, das war nicht ernst. Wo bist denn du? Gib mir mal Koordinaten durch mit F3. Ähm, was brauchst denn du? X und Z. Was? Ich bin gestorben. Wo denn? Na wo? Hey! Ich weiß es nicht. Oh, das klingt doch nicht. Wie kann man denn schädigen? Was? Du bist gestorben. Ich... verhungert. Da kann man nicht sterben durchs Verhungern. Natürlich, du verlierst Leben nach einer Zeit. Ja, aber nur bis 5 Herzen. Du kannst also nicht durchs Verhungern sterben. Ich bin nur... Ich bin grad... Ich bin grad voruntergesprungen. Das Ding war 2 Block. Wow, dadurch stirbt man aber nicht. Ich guck grad, ob er ein Feind ist. Ich geh lieber zurück zur Festung. Ähm... Ich hab nämlich grad meine gesamten... Mein gesamtes Dia-Inventar dabei. Das wär... Unschwein. Das wär sehr schlecht, bin ich damit sicher. Aber... Ich hab ja jetzt auch nichts mehr. Ja, du hattest ja nur... Was hast du dabei gehabt? Hast du das ganze Eisen auch dabei gehabt? Ja. Oh, man. Na... Na... Ich will lange das Glauben hast du... Jetzt ist mir wiedergegeben. Ja. Äh... Nimm bitte immer nur das mit, was du wirklich unbedingt notwendig brauchst. Und... Wo soll ich die Dinger hinpacken, die ich nicht unmöglich Dings da brauche? Ich hab keinen. Die wirfst du mir wieder zu. Ja, halt mal bitte. Ne, ist ja so. Oder was? Ja, genau so. Ja, nun. So, du kennst den Weg ja, dann kommen wir am besten wieder gleich zurück. Ja, ich bin auf dem Weg. Aber ich weiß, glaube ich, noch ganz genau, wo das Versteck war. Ja. Na, wenigstens ein was. Oder wir verlaufen uns in alle Ewigkeit. Eins von beiden. Bringst du mich am besten hin. Dann lauf ich über dieses Zigzag... Dann lauf ich über dieses Zigzag-Gras-Teil. So. Dann springe ich hier hoch. Und da hoch. Und da hoch. Und da hoch. Und da hoch. Ja, das ist schon so weit hier. Ach, egal. Schatz, doch. Aber meinst du nicht eigentlich, dass wenn... Meinst du nicht eigentlich, dass wenn jemand einfach mal so seines Weges schreitet, der dieses GS einfach mal so findet? Ja, klar. Aber das muss ja nicht jeder wissen, dass es hier ist, ne? Wenn es einer findet, ist ja okay. Aber das muss ja nicht 20 finden. Hey, super. Ich habe schon wieder nur drei. Ich habe sie ja, wenn man es... Und hier noch voll. Wenn man es jetzt so nimmt, habe ich sie auch nicht unbedingt unauffällig gebaut, ne? Erinnert mich an dieses... Es gibt doch so einen Aussichtsturm bei AC4, der ähnelt dem ein wenig. Ne, ich wollte so ein bisschen, äh... so ein bisschen Skyrimon-mäßig machen. Übrigens, äh... Ich kann den... Ich anfange des... Mainvames, ich weiß nicht, ob man das so sagt, von AC4 auf Klavierspielen. Ja. Main-Thema heißt das. Ich weiß. Ich will dich töten, ohne Waffen und ohne Essen. Das wirst du wahrscheinlich. Warum bist du so angehittet? Ich komme durch die... Durch dieses Ding. Und dann laufe ich da hoch. Ja. Dann laufe ich hier hoch. Ja. Wo... Wo bist du? Hinter dir! Hinter dir! Boah, ich habe drei Punkte für dich bekommen, übrigens krass. Damit könnte man übelst besche... Damit könnte man übelst bescheißen, ey. Nein, das machen wir nicht. Hey, dann... Ich komme gar nicht auf die Idee. Ich hätte schon fast gesagt, hey, leg... Leg doch einfach alle deine Sachen in die Truhe. Dann schlage ich dich mehrmals tot. Und dann habe ich 20 Punkte und kann der Gilde beitreten. Nee, lass mal. Es geht ja auf die Score drauf. Vor allen Dingen ist es beschiss. Warum? Man kriegt ja Punkte dafür. Ach so, aber wenn ich jetzt jemand... Äh... Random, also irgend so einen Typen, den ich nicht kenne, töten würde, der nicht in der Gilde ist, dann wäre es was normal. Ja, allerdings rennen wir an den Super-Restaurungen. Also, ich glaube, ich kaum, dass du das schaffen würdest. Natürlich, wo man Schrofflinde mit meinem A-Bot. Ja, natürlich. Verstehe. Weil du bei der Schrofflinde auch einen A-Bot brauchst. Ja. Ja gut, du bist so ein Held, ich habe dich mit der Schrofflinde. Habe ich mal wirklich nicht. Mit der Ranger habe ich mal nicht getroffen, obwohl der Typ direkt vor mir stand. Das war total fail. Mal? Egal, ähm... Na toll, danke. Nein, ich habe wirklich schon bei BO2, habe ich wirklich schon Leute gesehen. Zielsucher. Kennst du ja vielleicht, ne? Das Ding? Äh, keine Ahnung. Das ist, das ist im Endeffekt so eine Art A-Bot. Also ein A-Bot, aber ein, aufs, ein, ein... Dann kenne ich ihn nicht, weil ich arbeite mit sowas nicht. Keine Ahnung. Nein, das ist ein Visier, was du so freischältest. Auf jeden Fall, ähm... Und dann, wenn halt diese Ziele so markiert, so rot. Und auf jeden Fall, das hatten Leute schon mal auf ihrer Schrotflinte. Ach, du meinst Rotpunkt-Visier. Nein, ich rede von Zielsucher. Das umkreist die Gegner rot. Das Ding. Keine Ahnung, gibt's bei MB2 nicht. Egal. Pass, ist ja auch, passt ja, passt ja jetzt auch gar nicht bei Minecraft mit rein. Lassen wir das mal. So. Ja, stimmt. Wisst ihr was, ich hänge jetzt erst mal... Ich hänge jetzt einfach mal ein Bild hier auf. Mich würde echt mal interessieren, warum dieser Spieße Walking Dead ab 16 ist, ja. Und Minecraft ab 0, 6, eins von beiden. Das kann ich eigentlich nicht verstehen. Du tötest dir einen beiden Zombies. Ich auch nicht. Möp, möp. So, mal gucken, ob ich noch ein Schluck Kaffee hier in der Tasse habe. Ja. Ich fahre auch ein Kaffee. Sei nicht so gemeint. Wir könnten natürlich auch die vorfeindete Gilden sein, wenn du das möchtest, aber ich steff... Wow. Du bräuchtest ja 50 FPS. Ich hätte eine gute Lust, sich gleich nochmal zu töten, aber ich lasse es lieber. Nein, das ist nicht sozial. Au, jetzt sterbe ich. Aber du bist... Es ist nacht, gell, komm mal mit. Du bist schlecht. Wenn der da, komm her. Wie viel... Wie viel Leben hast du nur? Äh, ich bin voll, falls du mich angreifen willst. Du bist voll. Also, so wie immer. So, hier, komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Wo bist du? Ich habe aber nichts... Ich habe aber nichts Waffen. Da hast du Waffen. So, komm ich. Und wir machen jetzt, äh, Zombie-Schnetzel für dich. Du schnetzel Zombies und ich schnetzel, was ich sonst so finde. Da hätten es zum Beispiel eine Kugel. Und dann kostet uns dann Zombie-Suppe. Guck mal, hier habe ich... Hier habe ich auch mal das Schaf, hol dir das Schaf da unten. Ich habe eine Treppe da runtergebrochen, da kannst du mal da runtergehen, da unten sind öfters mal Zombies und sowas. Also hier unten, nun. Ja, genau da unten. Ich habe eine Kugel gefunden. Aber was ist... Oh, ein Creeper, komm her, da ist ein Creeper. Komm her, schnell. Oh, wo? Hier, da, da, da. Da drüben. Ja, ich lasse mir gerade Zeit. Ich hätte ihn an für dich, weil du kriegst das sowieso nicht alleine hin. Ich kriege es schon alleine hin, aber der explodiert immer. Ja, das meine ich ja, aber du kriegst es nicht hin. Oh, verdammt. Jetzt habe ich mich aufgehangen. Das hast du echt super hingekriegt. Ja, normalerweise wäre ich jetzt zurückgerandet und hätte mich schnell noch gekillt. Aber da ich ihn dir geben wollte, war es ein bisschen scheiße. Was ist das jetzt? Tja. Okay. Geh mal an zur Richtung. Aber geh nicht zu weit von mir weg, bitte. Wirst du? Nein. Wenn der Dachchen. Wenn der Tag. Was denn? Geh bitte nicht zu weit von mir weg, weil du verirrst dich sonst wieder. Wo soll ich das Kakao-Vorsteck? Ähm, das ist, wenn du... Na, warte, da müsste ich zurück zum Turm. Ich bin sehr begeistert, dass mein Versteck... Dass meine Weizenfarben auch gar nicht backt. Äh, wie meinst du, dass sie backt? Ich sehe sie durch die Wand, durch meine Weizenfarben. Du sollst nicht immer schieten. Ja, aimbot für Weizen. Mir eine Predigt halten, dass ich bei MW2 gebannt bin, aber selber bei Minecraft so schieten, dass du deine Weizenfarben sehen kannst, ja? Das nennt sich auch einfach nur... Das nennt sich ja einfach nur Schlecht hinter der Verbindung. Gut, dann hole ich die Weizenfarben raus. Sonst sieht der noch jemand anderes. Das holt sich denn jemand anderes noch. So, einmal alles mitnehmen, mal hier so. Die Leiter hier ist doof. Das Feld kann ich ja stehen lassen, kann ich immer, wenn ich selbst online bin, mal hier ein bisschen was anpflanzen. Warum komme ich da nicht rüber? Wenn ich auch reingehenehme ich es mal mit. Jetzt geht es. Überlebe ich das? Ja, ich überlebe es. Also natürlich auch geil ist, wenn du dir eine unterordnische Gilde baust. Das könnte ich vielleicht beim nächsten... Weil wenn wir dann richtig Riscaria spielen, könnte ich das machen. Das Problem ist dann nur, wenn wir es aufnehmen, dann sehen die Leute das natürlich alles. Ich gucke uns an Nachteil daran. Dann bringt auch keine unterordnische Gilde was. Wenn die Leute es im Endeffekt nicht sehen. Aber wie läuft das denn? Das läuft gerade aus. Schauen in den Riscaria. Schauen in den Leuten, die das zocken, auch hier zu oder? Hey, ich habe eine andere... Hey. Warte, warte, ich komme. Ja, 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 ganz ruhig, ganz ruhig. Also, ähm... Es ist... Wichtig. Momentan schauen ca. 60 bis 100 Mann das Let's Play Magic Mine. Insgesamt... Wo bist du? Weiß ich nicht. Oh, wenn du da ernsthaft da hinten bist du. Du wolltest leben, du hast Hunger. Komm her. Gib mir ein Snickers. Ich habe die Gute. Jetzt habe ich auch noch Snickers-Werbung gemacht. Das geht gar nicht. So, wo wolltest du hin? Hier hin oder was? Ähm, warte, lass mich überlegen. Der Turm stand seitlich zu mir. Das heißt... Hier. Ich habe den Weg gefunden. Okay. Aua. Äh, warte. Ich dachte, man kommt da rüber. Weißt du? Ja, ja, verstehe schon. Ja, aber mir... Ich kann dir auch ein bisschen Erde geben, wenn du was bauen willst, was hinbauen willst. Nö, nö, ich habe eine Feder. Achso. Ja, stell dir vor. Du bist sozusagen beflügelt. So. Ein Schaf. Ein Schaf, ein Schaf, ein Schaf, ein Schaf, ein Schaf. Moment, bin gleich da. Und jetzt ist... Ach, sind wir sogar richtig hier, oder was? Hm. Warte, wir sind ja jetzt hier irgendwie schon direkt im Dschungel. Ich war an so einer Grenze regelrecht. Zwischen Dschungel und Wald. Die Grenze ist hier vorne, komm mit. Da vorne, siehst du... Und dann ist da sowas... Äh, wo denn? Hier? Aua. Das, das, das Wald. Ja, richtig. Und... Dein Blick, läufst du hier lang? Ich laufe. Ähm. Aus. Volle Angeweile. Ja. Moment, wo bist du gestorben? Zeig mal, wo du gestorben bist, weil dann finden wir dein Zeug ja noch wieder. Ich weiß es nicht. Ich suche gerade selbst nochmal das Teil. Beeil dich bitte. Beeil dich bitte. Bevor es verschwindet, weil das Zeug die Kate auch. Das weiß ich. Ich spiele nicht das erste Mal Minecraft. Äh, das Gefühl habe ich aber auch. Bist du in die Höhle hier rein oder was? Ne, da ist so ein... Also auf dem Boden war so Pflasterstein, weißt du? Okay. Und, ähm, also so ähnlich wie hier unten. Was haben wir gesagt? Du hast aber gesagt, du hast den Turm gesehen. Ja. Wenn ich mich umgedreht habe, habe ich... Wenn ich mich umgedreht habe, dann habe ich den Turm gesehen. Ja. War das bei einem See? Äh, kann das schon zu weit drin. Kann sein. Ich bin schon nicht mehr im... Siehst du denn den Turm? Den Turm sehe ich gerade noch so im Nebel. Hm, ich sah den eigentlich relativ nah. Das ist total fair hier. Warte mal. Ich laufe jetzt hier gerade mal rum. Echt, wir verlieren das Zeug. Scheiße. Es war nicht meine Schuld. Ich weiß nicht, woran ich gestorben bin. Das ist es ja. Wahrscheinlich ist ein Kühlbauer von hinten gekommen oder so. Was hast du tun dann bei Minecraft oder? Nö. Sicher, dass da Steine in der Erde waren? Ich habe kein Turm. Aber ich achte gerade nur auf Stein. Also in der Erde war so... War halt so Stein. Also so Kobbel. Ach, richtig Kobbel. Kein gecraftet so. Kein gecraftet so. Kein gecraftet so. Kein richtiger Stein so. Also so Kobbel und... Oder war Stein? Keine Ahnung. Egal. Ich weiß nicht, wie das bei dem Techsharpack so wirkt. Und ich habe eine Kuh gefunden. Sie ist lila. Sie nennt sich Milka. Nein. Geh mal sterben oder so. Auch eine Kuh gefunden. Hä, wo bist denn du da gewesen? Ich weiß es nicht. Also ich meine, ich habe ja auch ein schlechtes Orientierungsverhältnis, aber man muss doch wenigstens so nah am Turm wissen, wo man war. Das ist ja schon peinlich. Hallo? Das ist peinlich. Ich sehe ja gerade den Turm gar nicht. Das ist ja das Problem. Na doch, guck doch mal nach oben. So wie du langläufst, das geht mal aus, wenn du dich siehst. Da hinten ist er doch. Da hinten, da. Hä? Bei mir regeneriert vielleicht die Map nicht zu schnell oder so. Dann such du mal hier weiter. Ich gucke auf der anderen Seite auch noch am Wald. War das richtig Wald oder war das Sumpf? Also es war Wald. Und dann war da so eine schnelles, wie gesagt, Grenze. Du wirst dann wissen, ob es Wald oder Sumpf war. Oder? Ja, wie gesagt, es war Wald. Und direkt an der Grenze zum Dschungel. Okay. Das Problem ist, dass man Dinge meistens nicht wiederfindet. Denn man findet diese Dinge meistens, wenn man random irgendwo hinläuft. Und man hat ein gutes Orientierungsverhältnis, das du nicht hast und findet es dann einfach so wieder. Wieso? Ich habe eine Werkbank gefunden. Toll. Dann gibt es ungefähr drei Millionen hier. Hier ist Wald. Guck mal, hier ist auch Wald. Hier ist auch Wald. Hör auf zu schreien. Hier ist Wald. Ich schrei doch gar nicht. War das dunkle Wiese? Wo wüssten du? Ja. Ich habe den Creeper gefunden. Vielleicht hat der mich ja getötet. Ja, deswegen steht auch noch hier, genau. Au. Ja, der ist neu gespawnt, hat sich das ganze Metall eingesammelt. Schon klar. Ja. Creeper sind böse. Sie sind wie Endermänner. Nur grüner und creeperischer. Ich hatte Zeug gefunden. Ich habe es gefunden. Ja, ich habe es. Ich habe es. Oh, geil. Ja, wo bist denn du? Ähm, Moment. Ich gehe mal zu diesem Stein, den du gesagt hast. Gucken, dass niemand hier ist. Kurz das Bild. Und dann kannst du da unten reingehen. So, restart in einer Minute. Ja, komm. Warte. Äh, 5, minus 530 und 420. Äh, minus... Ey, hi. Lol. Bis da, okay. Äh, du hast hier die Sachen gefunden. Ja, genau hier. Springt aber nicht hier rein, wenn ich gerade würde. So. Das kann gar nicht sein. Ne, hier waren die Sachen, war dann nicht hier, sondern... Hier, guck mal. Du meinst hier. Und hier rennst du unten rein. Guck mal, guck mal her. Ja, genau hier. Wo bist denn du? Hinter dir. Hier ist das Versteck. Hier, hallo, schreien bringt nicht viel. Hier ist das Versteck. Ich weiß nicht, ob es Versteck ist, aber... Ist ja geil. Oh ja, das ist gesichert hier. Oh ja, das ist gesichert hier. Krass. Alles klar und hier ist auch mit Obsidian gesichert. Ich hier ist nochmal eine Leiter, aber die führt ins Nichts. Hier ist genau neben uns. Ich weiß nicht, ob dich das interessiert. Wow, der hat ja echt viel, was ist denn das her? Genau neben uns ist also einer, der hat ein Versteck hier. Krass. Der hat, der weiß hundertprozentig auch... Der weiß also hundertprozentig auch von unserem Zeug. Ich dachte mir, das könnte dich vielleicht interessieren. Jo, ich... Boah, lauf mal hier die Treppe, lauf mal hier die Leiter runter, bitte. Schön... Komm nicht runter, komm nicht runter, ich bin gefangen hier unten gerade. Ganz unten, oder was? Ja. Ich bin jetzt bei der Gemüsefarm und dann wollte ich eigentlich die Leiter runter. Komm nicht die Leiter runter, das ist eine Falle. Nein, jetzt bin ich ganz unten, oh Mann. Jetzt fängt er gleich wieder an. Gut, dass ich dein Holz gefunden habe. Das lag auch, jetzt packt das wiederum hier, aber es gibt doch noch nicht. War nicht Server-Restock gleich. Eigentlich schon, ja. Ich mach mal noch ganz schnell in der Eisenhacke, so. Sag mal, wieso finde ich als, naja, Anführungsstriche, Idiot eigentlich. Leute, bis gleich, tschüss.